Vor Weihnachten gab es einen Punkt, an dem ich sehr, sehr nah dran war aufzugeben. Die Gewöhnung ans Essen, also mir ging es nicht gut körperlich, es war kalt, meine Wohnung war, ich hatte mir genau so eine Wohnung ausgesucht, die echt nicht gut isoliert war und musste in dem Moment einfach, bin dann auch über Weihnachten nach Hause geflogen, aber da war ich wirklich davor so, kann ich wiederkommen? Und ja, ich so ein bisschen den Sinn einfach verloren hatte und dachte, was mache ich hier eigentlich? Bringt das überhaupt was? Macht das überhaupt Sinn? Was habe ich für einen Einfluss hier? Kann ich was bewegen? Und ganz schnell am Ende einfach gemerkt habe, dass es gar nicht darum geht, was zu bewegen, sondern um was zu bewegen, muss man erst mal sich selbst bewegen und selbst Dinge über sich lernen. Und das war der Moment, in dem ich glaube, okay, entweder breche ich jetzt oder ich nehme das in seiner Form für mich mit und löse mich mal von diesem, okay, ich gehe da hin und tue was.